Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der Spannungsstabilisierung mit Hilfe einer Z-Diode. Im Teil 1 dieser kleinen Serie werde ich mich mit der Kennlinie der Z-Diode befassen und mit dem Fall, dass der Vorwiderstand in der Stabilisierungsschaltung schwankt. Wir sehen hier schon die Schaltung, mit der ich mich hier auseinandersetze. Dort ist ein Vorwiderstand in Reihe geschaltet mit der sogenannten Z-Diode, die die Spannung UZ erzeugt und diese stabil hält. Wie gesagt, ich werde mich mit der Kennlinie dieser Diode auseinandersetzen und mit dem Fall, dass RV Schwankungen unterliegt. Wir sehen hier die vollständige Kennlinie einer Diode. Lege ich eine Spannung an eine Diode und zwar den Pluspol an die Anode und den Minuspol an die Kathode, so wird ein sehr kleiner Strom fließen und erst beim Erreichen einer sogenannten Durchbruchspannung wird der Strom plötzlich steil ansteigen. Das ist die sogenannte Vorwärtsrichtung einer Diode. Der Spannungswert, bei dem der Durchbruch erfolgt, ist recht niedrig. Das sind etwa 0,6 bis 0,8 Volt. Legt man aber nun den Pluspol an die Kathode und den Minuspol an die Anode, das heißt also man polt das Ganze um, so stellt man fest, dass ebenfalls bis zum Erreichen einer bestimmten Spannung der Strom kaum ansteigt und wird nun diese sogenannte Durchbruchspannung erreicht, so tritt der sogenannte Zehner-Defekt auf und der Strom steigt stark an. Da die Ionen zunächst so entwickelt wurden, dass an die Anode der Pluspol gelegt wurde und an die Kathode der Minuspol, betrachtet man die umgekehrte Betriebsart als Rückwärtsbetriebsart. Es handelt sich dabei aber natürlich um eine reguläre Betriebsart, nicht etwa eine verkehrte oder falsche Betriebsart. Der Vorteil in der Rückwärtsrichtung liegt darin, dass die Durchbruchspannung vernünftigere Werte annimmt. Die kann man also herstellen zum Beispiel für eine Zehner-Spannung mit 3,3 Volt und bis auch zu 10 Volt, wie das in diesem Fall in dieser Tabelle angegeben ist. Ich werde bei den weiteren Betrachtungen die Diode 1N5338B benutzen, die eine Zehner-Spannung von 5,1 Volt hat und dabei einen Strom von 240 Milliampere fließen lässt. Wie bereits gesagt wird die Zehner-Diode rückwärts betrieben mit dem Pluspol an der Kathode und dem Minuspol an der Anode. Da es recht unanschaulich ist, sich den Betrieb der Diode in diesem Quadranten des Kennlinienfeldes vorzustellen, drehe ich nun diese Kennlinie, wir sehen das hier, sodass der interessante Bereich, der Zehner-Bereich, der Rückwärtsbetrieb dieser Diode nun im oberen rechten Quadranten liegt. Für meine weiteren Betrachtungen gehe ich nun also davon aus, dass ich die Diode rückwärts betreibe und dass in etwa diese Kennlinie für die Diode gilt. Ich werde nun den Fall betrachten, dass ich eine Spannung von 9 Volt zur Verfügung habe am Eingang der Schaltung und diese auf einen Wert von 5,1 Volt herabsetzen möchte. Dazu verwende ich diese Zehner- Diode, damit dieser Wert von 5,1 Volt möglichst stabil ist. Und zwar in diesem Video bei Schwankungen des Vorwiderstandes RV. Da ich hier keine Last angehängt habe, scheint dieser Fall zunächst recht unrealistisch. Allerdings kommt es in der Praxis tatsächlich vor, dass der Lastwiderstand, der hier angeschlossen wird, sehr viel größer ist als die Widerstände der beteiligten Bauelemente und ich somit tatsächlich die Schaltung als unbelastet betrachten kann und sie trotzdem dabei sinnvoll wird. Da ich nun davon ausgehe, dass ich die Diode bei einer Spannung von 5,1 Volt betreibe, weiß ich schon aus dem Datenblatt, dass in diesem Fall ein Strom von 240 mA fließt. Das bedeutet aber auch, dass ich diese Spannung Uz schon kenne. Somit ist die Berechnung des Vorwiderstandes recht einfach. Ich muss einfach das Ohmsche Gesetz anwenden, indem ich R gleich U durch I rechne. Die Spannung U an dem Vorwiderstand ist nun die Gesamtspannung minus der Zehnerspannung, U minus Uz, geteilt durch den Strom, der hier fließt. Da es nur diesen einen Strom gibt, denn hier ist keine Last angeschlossen, müssen das die 240 mA sein. Und somit komme ich hier auf einen Wert von 16,25 Ohm für den Vorwiderstand. Die Verlustleistung ist nun recht leicht zu berechnen, denn es gibt in dieser Schaltung gar keinen Nutzwiderstand. Und somit ist die angelegte Spannung und der Strom vollständig als Verlust zu werden. Und daher kann ich die Verlustleistung mit PV gleich U mal IZ berechnen und komme hier auf eine Verlustleistung von 2,16 Watt. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich die Schaltung mit der Zehnerdiode mit einem einfachen Spannungsteiler vergleichen, weil auf diese Weise am besten zu verstehen ist, warum der Einsatz einer Z-Diode sinnvoll ist. Ich betrachte also zunächst einen ganz einfachen Spannungsteiler. Für den Spannungsteiler gilt, dass die Spannung U1 sich zur Spannung U2 verhält wie der Widerstand R1 zum Widerstand R2. R1 spielt hier die Rolle, die in der oberen Schaltung Rv gespielt hat. R2 ist an die Stelle der Zehnerdiode getreten. Beim Spannungsteiler ist es nun ohne weiteres möglich, ganz viele verschiedene Kombinationen aus R1 und R2 zu bilden, um aus der Spannung von 9 Volt die gewünschte Spannung von 5,1 Volt zu machen. Wenn ich mir nun einen Wert von R1 vorgebe und U und U2 sowieso schon bekannt sind, davon gehe ich ja in diesem Fall aus, berechnet sich nun der Widerstand R2 mit Hilfe dieser kleinen Formel und wähle hier nun, um die beiden Schaltungen möglichst gut miteinander vergleichen zu können, für R1 einen Wert von 16,25 Ohm, so wie ihn der Vorwiderstand in der Schaltung mit der Zehnerdiode auch hat. Und somit errechnet sich für R2 nun ein Widerstand von 21,25 Ohm, der hier einzusetzen ist, damit die Spannung von 9 Volt auf 5,1 Volt herabgesetzt wird. Tatsächlich hat der Spannungsteiler in diesem Fall gegenüber dem Fall mit der Zehnerdiode sogar Vorteile, denn dadurch, dass es viele verschiedene Kombinationen für R1 und R2 gibt, mit denen ich die Spannung von 9 Volt auf 5,1 Volt herabsetzen kann, kann ich nun auch sehr große Widerstände wählen für R1 und R2, wodurch die Verlustleistung natürlich sehr viel geringer wird. Denn wenn diese Widerstände groß gewählt werden, fließt nur ein kleiner Strom über diese Strecke und die Verlustleistung ist sehr klein. Zum Vergleich dieser beiden Varianten mit der Z-Diode und dem Spannungsteiler habe ich hier allerdings genau den Wert von R1 auf 16,25 Ohm festgesetzt, wie bereits gesagt. Wenn ich nun den Wert festgesetzt habe auf diese 16,25 Ohm, entsteht nun in dieser Schaltung die gleiche Verlustleistung wie im Fall der Zehnerdiode. Wenn ich nun aber den Spannungsteiler tatsächlich auch so wählen könnte, dass die Verlustleistung kleiner wird, stellt sich hier natürlich die Frage, worin überhaupt der Vorteil in der Verwendung einer Z-Diode liegt. Genau darauf werde ich jetzt noch eingehen. Im Folgenden werde ich nun zeigen, dass beim Einsatz einer Z-Diode die Spannung UZ sehr gut stabilisiert wird, während sie beim Einsatz eines Spannungsteilers recht stark schwankt. Es gibt drei Fälle, die man dabei betrachten kann. Einmal den Fall, dass die Versorgungsspannung U schwankt. Weiterhin den sehr wichtigen Fall, dass die Last RL schwankt. In unserem Fall gehe ich aber davon aus, dass der Spannungsteiler bzw. die Diodenschaltung unbelastet ist. Das heißt, dass ich in diesem Video diesen Fall nicht näher betrachte. Und es gibt die Möglichkeit, dass der Vorwiderstand in seinem Wert schwankt, aus welchen Gründen auch immer. Genau an diesem Fall werde ich nun näher erläutern, warum der Einsatz der Z-Diode so sinnvoll ist. Ich werde nun anhand einer grafischen Analyse der Spannungsteilers bestehend aus R1 und R2 zeigen, warum die Spannung U2 relativ stark schwankt, wenn sich der Widerstand R1 verändert. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass ich bereits ein Video gemacht habe, in dem ich die grafische Analyse eines Spannungsteilers darstelle. Sollten Sie überhaupt nicht mit dieser Methodik vertraut sein, so sollten Sie sich zunächst dieses Video ansehen. Wir sehen hier von links nach rechts die Widerstandskennlinie des Widerstandes R2 mit 21,25 Ohm abgetragen und von rechts nach links beginnt bei der Gesamtspannung dieser Schaltung die Widerstandskennlinie des Widerstandes R1 mit 16,25 Ohm abgetragen. An dem Punkt, an dem sich beide Kennlinien schneiden, befindet sich der Arbeitspunkt dieser Schaltung und ich kann nun auf dieser Achse ablesen, dass die Spannung U1 3,9 Volt beträgt und die Spannung U2 wie gewünscht 5,1 Volt beträgt. Außerdem ist hier nachvollziehbar, dass der Gesamtstrom bei etwa 240 Milliampere liegt. Da ich nun den Fall betrachten möchte, dass R1 schwankt, bedeutet das in diesem Diagramm, dass der Verlauf der Widerstandskennlinie von R1 sich verändert. Ich gehe nun davon aus, dass R1 sich von 16,25 Ohm auf 21,25 Ohm verändert. Ich habe hier den gleichen Wert gewählt wie für R2, damit die Betrachtung möglichst einfach wird. Dadurch senkt sich die Widerstandskennlinie von R1 herab, was bedeutet, dass der Arbeitspunkt, der zuvor an dieser Stelle gelegen hat, auf der Kennlinie von R2 an diese Stelle wandert. Das bedeutet wiederum auch, dass die Spannung U1 von 3,9 Volt auf 4,5 Volt zunimmt und die Spannung U2, die ich bei 5,1 Volt halten möchte, nun auf 4,5 Volt abnimmt. Wir sehen nun also, dass in diesem Fall das R1 sich verändert, die Spannung U2 sich recht stark verändert und diese Schaltung somit nicht die Bedingung erfüllt, dass U2 stabil bleibt. Man kann hier schon erkennen, dass der flache Verlauf von R2 maßgeblich dazu beiträgt, dass der Arbeitspunkt von diesem Punkt recht weit weg wandert bis zu diesem Punkt. Wir sehen hier das gleiche Diagramm nochmal abgetragen mit den Widerstandskennlinien für R1, dem neuen Widerstandswert von R1, der Widerstandskennlinie von R2 und im Verlauf des Arbeitspunktes, der ursprünglich hier lag und durch die Veränderung von R1 sich an diese Stelle bewegt hat. Es wäre nun also wünschenswert, dass die Widerstandskennlinie von R2 in dem Bereich, in dem die Schaltung arbeitet, nicht so flach verläuft, wie wir das hier sehen, sondern sehr viel steiler. Verläuft sie sehr viel steiler, so wandert der Arbeitspunkt von dem ursprünglichen Arbeitspunkt zu dieser Stelle. Was gleichzeitig bedeutet, dass die Spannungsschwankungen von U1 und vor allem auch von U2 deutlich geringer sind als bei der Verwendung dieses Widerstandes R2. Indem ich hier eine sehr viel steilere Kennlinie wähle, habe ich die Spannung U2 deutlich stabilisiert. Ein solches Bauelement gibt es aber nun nicht, denn das würde bedeuten, dass bis zu einer bestimmten Spannung überhaupt kein Strom fließt. Die steilere Kennlinie von R2 stabilisiert die Spannung, das allerdings ist mit einem linearen Widerstand, wie ich gerade dargelegt habe, nicht möglich. Und genau hier kommt die Z-Diode ins Spiel. Wir sehen hier wieder das Kennlinienfeld genauso wie zuvor. Ich möchte einen sehr steilen Verlauf des Widerstandes R2 in diesem Bereich haben. Das ist nun allerdings nicht mehr der Widerstand R2, den ich hier verwende, sondern die Z-Diode. Und somit kann man nun sehr gut erkennen, dass der Verlauf der Kennlinie dieser Z-Diode ideal für diese Anwendung ist. Da sehr viele verschiedene Durchbruchspannungen in der Rückwärtsrichtung existieren, können also sehr viele verschiedene Schaltungen aufgebaut werden, mit denen die verschiedensten Spannungen stabilisiert werden können. In unserem Fall halt der Wert von 5,1 Volt. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen gut erläutern, warum der Kennlinienverlauf der Diode zu einer Spannungsstabilisierung am Ausgang führt, wenn der Vorwiderstand schwankt. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.